bevor wir jetzt hochgehen einmal kurz leichen rausschmeißen und wo ich die gelben kisten hier sehe fällt mir ein kommentar ein und zwar gab es den vorschlag ich glaube mal kurz zwei kisten hier zwei reichen wahrscheinlich nicht trotzdem erst mal zwei dass wir hier in der nähe der barstation ein kleines zwischenlager machen und zwar dergestalt ich bräuchte jetzt einmal eisen und eigentlich auch einmal kupfer kupfer da rein eisen da rein dann müsste folgendes passieren wenn dazu kommt wird das eisen zuerst hier eingetan bis die kiste voll ist ein kupfer ebenfalls da reingetan und der weg ist dann von hier nach da wesentlich kürzer als von der barstrecke zu der kiste und von der kiste oben wieder nach unten problem dabei ist nur dass erstens werden die kisten sich relativ schnell füllen und sobald sie voll sind werden wieder die oberen kisten befüllt und wenn die kisten mal leer werden sollten was hier auch vorkommt dann werden da andere sachen eingelagert sobald da andere sachen eingelagert werden wird wieder nicht eisen eingelagert und dann muss sich das alles wieder auseinander friemeln deswegen das nicht ganz so toll ist ich müsste also eigentlich die da benutzen und die sind garstig kannst schon mal extra large smart chest bauen richtig zwei extra large smart chests und sucht mal artite ich glaube suchen ist nicht die beste form haben doch da haben wir noch ein bisschen was so und das eisen was jetzt oben ist das bleibt doch erstmal oben ich werde jetzt nicht das eisen von oben extra nach hier unten fliegen lassen das ist nicht so gut also zwei extra large chests und warten wir euch mal ja problem wo ist das kupfer hin das kupfer ist aber schon leer geworden sehr gut geht dann anders dann machen wir eisen und eisen erst mal hier in momentan kommt ihr am meisten eisen rein und das sollte dann hoffentlich eine weile reichen alter schwed ist das wie reichen herz ähm ja und dann bauen wir nochmal zwei und schnappen uns am besten von oben wo ein bisschen mehr sein sollte genau hier das kupfer herz bam bam so und ich mach mal ganz kurz ein oh warte large lila kiste wo ist eisen äh kupfer erz haben wir die kiste voll mit kupfer herz oder so da immer leer also jetzt sorge ich wieder dafür dass alle roboter belastet sind anstatt sie eigentlich zu entlasten was mein ursprünglicher plan war und ich glaube hier klaue ich mir mal ein paar von den normalen robotern kommen gerade so schön viele langsame an äh euch raus euch herstellen ja das geht auch flott so dich wieder umstellen und jetzt sollte hier unten erstmal genug kupfer erz sein dass die schmelzen sich bedienen können ohne dass äh die kiste leer wird hoffentlich okay ich wollte jetzt zu kupfer 3,5 gehen wir da rein und dann nach dem rechten sehen immer noch alle ausgelastet aber ich habe ja auch ziemlich viele eingefangen warum mal die 16 stück hier auch zu ende so bis leer kannst los na schön oh und ich wollte auf die geschwindigkeit achten weil jemand meinte dass ich in den kurven nicht langsamer werde das glaube ich nicht aber ne vor seins wir werden echt nicht langsamer krass wurde das geändert ich war mir echt relativ sicher dass man bei jeder kurve einen ticken langsamer wurde was ja auch sinn macht aber war da eben nicht nur ist eine abbremsung die erfolgt weil wir uns der station nähern ja sehr cool also kann ich so viele kurven einbauen wie ich will vielen dank für den kommentar du da oben bist schon fertig du bald auch du bist schon fertig da ist noch so ein kleines fleckchen ja mach da mal hin da mal hin so 1.000 du bist auch gleich leer da kann ich fast zugucken du brauchst schon ein bisschen länger so das ist das eine hier ist das andere was hatte ich da vorgehabt ich kann hier schlecht jetzt eine 5er hinpappen weil der kommt fast nirgendwo ran das müsste dann wenn hier wollte ich hier einen 6er Drill hinpacken nee das kann jetzt eine 6er Drill ist drüben beim Eisen ausgelastet und ich kann so schnell nicht einfach da einen 9 bauen oder hab ich das schon nee ich seh da einen 2er ich seh einen 5er und einen 3er ich seh keinen 6er einfach mal so in der Tasche rumliegen was ein bisschen komisch wär ähm 5er was für eine Reichweite hast du ein bisschen war es aber nicht so wirklich viel nee ich baue das hier mal um ich hab keine Ahnung was der Chiroga in der Vergangenheit sich dabei gedacht hat der ist wahrscheinlich der Wahnvorstellung unterlegen dass wir noch einen zweiten 6er Drill überhaben oder schnell bauen können oder was weiß ich aber das klappt so nicht die kommen alle weg habe ich noch mehr gute Türme gebaut ne muss ich auch demnächst wieder machen na komm so dann hätte ich gerne hier noch eine Substation und da hätte ich gerne die ganzen guten Türme gut also die guten Türme habe ich nicht abgerissen die da abreißen und hier hin bauen so und dann hier so eine Tungsmauer hin einfach nur um ein bisschen aufzuhalten nicht wirklich irgendwas sondern nur so eine Sekunde erkaufen das reicht mir schon so und jetzt können wir hier schöne 5er Drills hinbappen hallo schöne 5er Drills hinbappen zapp und zapp Kiste Kiste wir haben keine Roboabdeckung hier das ändern wir mal flott so und jetzt kriegt ihr Speed und Speed oh das ist echt nicht viel das sind 140.000 oder so Kupferherz so die Roboter werden jetzt ausgelastet sein weil sie wahrscheinlich länger fliegen müssen naja dann lass doch mal die hier auch noch frei nur noch alle ausgelastet dann können wir die 20 kurz umbauen ne ich hab keine blauen Chips schade ok dann kriegst du jetzt noch ein paar da das ist nicht gut ach da unten sind ja auch noch welche ich dachte schon ich hätte jetzt die untere Basis hier irgendwie schutzlos gelassen aber ne wo kam der hier ist irgendwo eine neue Basis aufgeploppt hoffen wir nicht ich hab nicht Lust schon wieder zu töten weg 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 kann ich gedrückt halten ja kann ich so ja grün überall grün so ähm genau also Kupfer 3,5 ist fertig dann wollten wir Eisen ist hier auch durch komm mit komm mit du hast auch noch 2000 du hast 600 das ist alles leer das kleine Fitzelchen da oben ja ok ne noch mit so 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 der Plan danach war hier hochzubauen da einen Knick zu machen bis da ganz hinten hin weil das ein schön zwei Türme schießen ne wo da ganz unten das macht ihr schon ähm da ganz hinten hin weil das ein richtig schön großes Kupferfeld ist dazu müssten wir allerdings wahrscheinlich die Basis und die Basis da auch noch töten mäh ist grad nicht so nach töten ähm Roboter sind immer noch alle ausgelastet wir kriegen jetzt hier noch Gold rein ach so ich hab auch noch ein bisschen was dum 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 so äh Schild da du komm weg so Flop oh ne das war keine gute Idee so ja so das heißt Eisen ist jetzt wirklich fertig wir warten jetzt nur noch drauf bis oben das Kupfer leer ist das könnte ein bisschen dauern ein paar Minuten zumindest oh gibt's schon okay warte na mach das mal das voll ähm das könnte jetzt noch eine Weile dauern das heißt ich bereite jetzt vor die Bahnstrecke ich kann sie ja schon mal im Geiste verlängern dum 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 also hier lang und weiß ich nämlich auch gleich wie viel Schienen ich noch einen Sacken herstellen oder was auch immer muss aber wahrscheinlich mach ich einfach so und so und lauf in Richtung Basis und guck mal was da noch so an Schienen rumläuft in den Kisten so hier ist schon irgendwo Knick ne oh da war schon ein Knick geh mal runter ich lauf jetzt also zuerst oh das nehme ich wieder auch noch mit ähm ich lauf oh das nehme ich wieder auch noch mit was ich lauf jetzt zuerst zu dem Kupferfeld und mach dann von hier liegt überall Zeug rum und mach dann von da aus die Linie nach rechts ist dann glaube ich ein bisschen einfacher und hier muss definitiv vor aufgeräumt werden so auch wenn der Wald hier nicht ganz so dicht ist also man kann einigermaßen durchlaufen stürzt doch ziemlich die Basis da oben ist natürlich auch noch weg da funkeln irgendwelche Metalle im Wald da hört man die Würmer dann gleich mit da könnte Tungsten sein oder so und was bist du ja Tungsten aber nicht so viel so das sieht doch schon mal besser aus ja überall Basen die müssen alle weg oh ich hab 60 von den Giftkapseln verballert krass okay ähm Prioritäten erstmal alle Schienen verballern hier die Giftkapseln wieder für wichtigere Dinge wie zum Beispiel hier die Bahnstrecke sichern aufbewahren sollen mhm mhm so also da haben wir schon mal unsere Linie dann die Basis da töten die Basis wegzulaufen die Basis wegzulaufen nicht um die Basis wegzulaufen oder bei sowas jetzt noch gar nicht stehen bleiben die wird ein bisschen länger na komm weg fuck damit gut Basis Nummer 1 das Basis Nummer 2 und die müssen auch noch weg mhm und ich glaube ich blaste mir ja einfach am Weg durch das Basis Nummer 2 bis jetzt